In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die Inverse einer Matrix bilden kann. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis, ich werde jetzt nur einen Lösungsweg zeigen, basierend auf dem Gauss-Verfahren. Es gibt natürlich im Studium viele alternative Lösungswege, die hier nicht angesprochen werden. Allerdings ist dieser Lösungsweg so viel für die Abiturprüfung als auch für Grundstudium geeignet. Bevor wir mit der tatsächlichen Berechnung loslegen, will ich noch ein paar Hinweise geben, damit ihr mir besser folgen könnt. Als erstes, die Inverse einer Matrix wird immer mit A hoch minus 1 bezeichnet. Zweitens, wenn eine Matrix A eine Inverse besitzt, so heißt sie auch invertierbar. Die Haupteigenschaft der Inversen ist, dass bei der Multiplikation einer Matrix mit ihrer Inverse die Einheitsmatrix rauskommt. Wir erinnern uns, die Einheitsmatrix ist diejenige Matrix, die auf der Hauptdiagonale nur 1 hat und sonst mit 0 aufgefüllt ist. Das ist das neutrale Element bei der Multiplikation. Und nicht jede Matrix besitzt eine Inverse, was genau damit gemeint ist, werden wir während der Beispielaufgaben sehen. Ich werde euch in diesem Tutorial einen relativ einfachen Lösungsweg zeigen. Allerdings gibt es ein paar Voraussetzungen, die davor erfüllt sein müssen. Als erstes musst du ein bisschen mit dem Gauss-Verfahren geübt sein, also wissen, wie das anzuwenden ist und was eine Stufungform ist. Zweitens, es gibt einen Lösungsansatz hier und eine Zielsetzung für die Bestimmung der Inverse. Es lautet wie folgt, man schreibt die normale Matrix und ihre Einheitsmatrix auf der rechten Seite. Dann, mit Hilfe des Gauss-Verfahrens, formt man das Ganze so um, dass am Ende die Einheitsmatrix auf der linken Seite steht. Und die Matrix, die auf der rechten Seite entsteht, ist dann automatisch die Inverse. Wenn das hier zu schnell ging, keine Sorge, gleich kommen die Beispielaufgaben, dann klärt sich das. Und im Studium gibt es noch andere Lösungswege, zum Beispiel mit Hilfe der Determinante. Die werden hier, wie bereits am Anfang gesagt, nicht angesprochen. Am Anfang ein relativ einfaches Beispiel, eine 2x2-Matrix. Und wie bereits gerade erwähnt, hat man einen Ansatz, den werde ich jetzt kurz hier schreiben. Also, auf der linken Seite schreibt man die normale Matrix, 4, minus 2, 1 und 5. Und auf der rechten Seite wird die passende Einheitsmatrix geschrieben, also 1, 0, 0 und 1. Wie bereits oben erwähnt, unser Ziel ist, dass die Einheitsmatrix am Ende auf der linken Seite steht. Und dafür benutzen wir das Additionsverfahren. Also, das ist die Hauptdiagonale hier in dieser Matrix und unser erster Ziel ist hier eine 0 zu bekommen. Dafür multiplizieren wir die zweite Zeile mit minus 4 und addieren es mit der ersten. Das bedeutet, die erste Zeile bleibt unverändert, 4, minus 2, 1 und 0. Und dann 4, minus 4 ergibt 0. Hier unten oben habe ich minus 2 und minus 20 sind minus 22. Dann oben 1 und unten minus 4 mal 0 ist 0, also bleibt 1. Und 0 und minus 4 sind natürlich minus 4. So, das ist der Vorwärtsschritt. Gut, jetzt muss das Gleiche nochmal rückwärts passieren. Das bedeutet, wir brauchen hier an dieser Stelle noch eine 0. Und wir haben unten hier minus 22 und hier minus 2. Das bedeutet, wir multiplizieren jetzt die erste Zeile mit minus 11. So kommen wir auf die plus 22 hier an der Stelle und addieren jetzt von unten nach oben. Das bedeutet, bei dem nächsten Schritt bleibt die untere Zeile unverändert. Die schreibe ich schon mal hin. Und multiplizieren oben alles mit minus 11. Dann habe ich hier an dieser Stelle minus minus 44 plus 0 sind minus 44. Dann hier wie gewünschte 0 und dann hier habe ich 1 und minus 11 sind minus 10. Minus 4 plus 0 sind minus 4. Wir sind fast fertig. Was wir noch brauchen, sind Einser hier auf der Hauptdiagonale. Dafür teilen wir die erste Zeile mit minus 44. Und die zweite Zeile mit minus 22. Dadurch ergibt sich auf der linken Seite dann die Einheitsmatrix. Also wir haben hier 1, 0. Hier auf der rechten Seite kürze ich noch nicht und schreibe einfach mal 10, 44. Minus durch Minus ist Plus. Und hinten natürlich 4, 44. Und unten, wenn ich durch minus 22 teile, habe ich 0 und 1. Und an dieser Stelle minus 1, 22. Und hier hinten dann Minus durch Minus wieder Plus. Also 4, 22. So. Das hier ist bereits die Inverse. Allerdings in einer sehr, sehr hässlichen Form. Und wenn wir damit zum Beispiel aus Notwendigkeit weiterrechnen wollen, sollten wir das Ganze noch mal ein bisschen schöner schreiben. Deswegen, in solchen Fällen hat man die Möglichkeit, was auszuklammern. In diesem Fall werden wir 1, 22. ausklammern. Also, hier nach vorne ziehe ich aus jedem Element aus der Inverse Matrix 1, 22. Dann bleibt hier oben an der ersten Stelle bleibt dann 10 durch 2. Hier bleibt 4 durch 2. Und dann hier unten bleibt einfach nur Minus 1. Und hier eine 4. Gut. Natürlich können wir hier noch ein bisschen kürzen. Und dann haben wir endlich mal eine saubere Form. Also, es bleiben 5, 2, Minus 1 und 4 übrig. Mit solch schönen Zahlen kann man natürlich weiterführende Rechnungen viel einfacher bewältigen. In unserem nächsten Beispiel wollen wir die Inverse einer 3x3 Matrix ausrechnen. Der Ansatz bleibt gleich. Also, ich schreibe hier einfach auf der linken Seite unsere Matrix A. 2, 2, 1, 4, Minus 2, 3, Minus 1, 2 und 1. Und auf der rechten Seite natürlich die passende Einheitsmatrix. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Gut. Zur Orientierung. Wir wollen die Stufenform. Das bedeutet, alle Elemente unter der Hauptdiagonale hier an der Stelle müssen zuerst durch Additionsverfahren 0 gemacht werden. Als erstes werde ich die 4 hier wegmachen, indem ich einfach die erste Zeile mal Minus 2 nehme und mit der zweiten addiere. Das bedeutet, die erste Zeile bleibt unverändert. Das ist 0, 0. Und dann, Minus 4 plus 4 ist 0. Dann habe ich oben Minus 4, Minus 2 sind Minus 6. Minus 2 plus 3 sind 1. Minus 2 plus 0 sind Minus 2. Minus 2 mal 0 sind 0. Plus 1 ist 1. Und 0 plus 0 sind 0. Im gleichen Schritt möchte ich noch hier eine 0. Deshalb multipliziere ich einfach die dritte Zeile mit 2 und addiere sie mit dem ersten. Also, dann habe ich 2, Minus 2 ist natürlich auch hier eine 0. Dann oben eine 2, unten eine 4 sind dann 6. Oben 1, unten 2 sind dann 3. 1 und 0 ist 1. 0 und 0 ist 0. 0 und 2 sind wieder 2. Also, an zwei Stellen haben wir schon eine 0. Als nächstes wollen wir noch hier die 0. Das erzielen wir mit der zweiten Zeile, indem wir sie einfach mit der dritten von oben nach unten addieren. Das bedeutet, in diesem Fall werden die ersten zwei Zeilen unverändert abgeschrieben. 1, 0, 0. Und 0, Minus 6, 1. Minus 2, 1 und 0. Und dann beim Addition haben wir hier natürlich hier eine 0, hier eine 0. Hier hätten wir dann eine 4. Minus 2 plus 1 sind minus 1. 1 plus 0 ist 1. 0 plus 2 sind 2. So, jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Das Gleiche müssen wir nochmal rückwärts machen. Das bedeutet, wir wollen auch hier die drei Stellen 0 haben. Und natürlich machen wir das auch mit dem Gauss-Verfahren, nur das Ganze ein bisschen rückwärts. Also, wir gehen von unten nach oben. Ich würde zuerst wollen, wie hier die 0. Dafür nehme ich die zweite Zeile mal minus 4, damit sich mit dieser 4 aufhebt. Und addiere jetzt von unten nach oben. Also, ich fange jetzt an, indem ich die letzte Zeile unverändert abschreibe. Minus 1, 1 und 2. Und dann geht es los. 0 plus 0 ist natürlich 0. Hier an dieser Stelle habe ich dann 24. Dann hier ist wie gewünscht eine 0. Dann habe ich hier 8. Minus 1 sind 7. Dann 1 und minus 4 sind minus 3. Und 2 und 0 sind natürlich 2. So, im gleichen Schritt wäre geschickt, wenn wir auch hier eine 0 bekommen. Dafür nutze ich jetzt die zweite Zeile. Ich kann auch die dritte nutzen, aber ich entscheide mich jetzt für die zweite. Und deswegen, beispielsweise nehme ich die erste mal minus 1. Und addiere die zweite von unten nach oben zu der ersten. Dann habe ich hier 0 und minus 2 sind natürlich minus 2. Dann habe ich hier minus 6 in der zweiten. Und minus 2 sind minus 8. Minus 1 plus 1, wie gewünscht 0. Dann minus 2, minus 1 sind minus 3. 1 plus 0 sind 1. Und 0 plus 0 sind natürlich 0. So, uns fehlt ja nur noch eine Stelle. Und zwar die hier. Dafür nutze ich natürlich wieder die zweite Zeile. Ich habe hier minus 8, hier 24. Also nehme ich die erste Zeile dann mal 3 und wieder von unten nach oben addiert. Das bedeutet, die letzten zwei Zeilen werden jetzt unverändert abgeschrieben. Minus 1, 1 und 2. Dann 0, 24, 0, 7, minus 3 und 2. Und dann legen wir los. Dann haben wir hier oben dann entsprechend eine minus 6. Hier, wie wir wollten, eine 0. Hier auch eine 0. Dann habe ich hier minus 9 plus 7 sind dann minus 2. 3, 3 minus 3 ist 0 und 0 plus 2 sind 2. Wir sind fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch die 1er hier auf der Hauptdiagonale hinkriegen. Deshalb teilen wir die erste Zeile durch minus 6. Die zweite durch 24. Und die letzte Zeile dann durch 4. Ich springe jetzt hier an der Seite. Dann habe ich auf der linken Seite 1, 0, 0. Und minus 2 durch minus 6 sind 2 Sechstel. Ich kürze mit Absicht noch nicht. Dann 0 durch minus 6 ist natürlich 0. Und 2 durch minus 6 sind minus 2 Sechstel. Dann in die nächste Zeile. 0, 1, 0. Dann 7, 24. Minus 3, 24. Und bei dem letzten Term habe ich dann 2, 24. Und der letzten Zeile natürlich 0, 0, 1. Dann minus 1 Viertel. 1 Viertel. Und 2 Viertel. So, genauso wie in unserem ersten Beispiel. Wir haben zwar hier die inverse Matrix, aber die sieht nicht so schön aus. Deshalb müssen wir sie noch in eine saubere Form bringen. Dafür klammern wir aus dieser inverse Matrix 1, 24 raus. Ich weiß, das klingt ein bisschen kompliziert, aber wir schauen uns jetzt das Ganze, diese Ausklammer-Geschichte, für ein Element hier an der Seite. Also, Ausklammern bedeutet man teilt durch die Zahl, die man nach vorne zieht. In diesem Fall würde das bedeuten 2 Sechstel geteilt durch 1 Vierundzwanzigstel. Wenn man diesen Doppelbruch auflöst, dann haben wir 2 Sechstel mal der Kehrwert vom unteren Bruch, also 24 Eintel. Dann kann man nochmal ein bisschen kürzen, die 6 verschwindet, hier bleibt eine 4, also das Ergebnis ist 8. Die gleiche Taktik könnt ihr hier für alle Elemente der inverse Matrix anwenden. Ihr könnt das gedanklich oder schriftlich an der Seite machen, damit kriegt ihr es hin. Also, kurz gesagt, die inverse Matrix würde dann in unserem Fall so aussehen, dieser 1 Vierundzwanzigstel nach vorne gezogen. Dann, das erste Element hier ist 8, dann 0 und minus 8. Bei der zweiten Zeile ist es ein bisschen leichter, da kann man sich vorstellen, man nimmt nur diese 24 weg. Also, 7, minus 3 und 2 und bei der dritten Zeile wäre dann minus 6, 6 und 12. Das wäre dann die inverse Matrix. Damit kann man deutlich entspannter weiterrechnen. In dem einführenden Teil zu diesem Thema habe ich bereits erwähnt, dass nicht jede Matrix invertierbar ist, beziehungsweise, dass nicht jede Matrix eine Inverse besitzt. So, wie kann man das sehr einfach erkennen? Es gibt mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel im Studium kann man das auch mit der Rang einer Matrix überprüfen. Diesen Begriff werde ich jetzt nicht neu einführen, sondern ich werde den klassischen Weg, das wir bereits besprochen haben, benutzen. Es ist nicht wirklich mit mehr Aufwand verbunden, deswegen kann man es auch so ganz gut erkennen. Und zwar, wir versuchen so wie vorher, mit Hilfe der Einheitsmatrix dieser Stufenform zu erreichen. Also, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Gut, das war unsere Hauptdiagonale. Unser Ziel ist erstmal, diese Elemente hier 0 zu bekommen. Das erzielen wir mit dem Additionsverfahren. Also, ich nehme beispielsweise die erste Zeile mal minus 1 und addiere sie mit der zweiten. Dabei bleibt die erste unverändert. 1, 2, minus 2, 1, 0, 0. Dann haben wir 0, minus 2 plus 3 sind 1, 2 plus 1 sind 3, minus 1 plus 0 sind minus 1, 0 plus 1 sind 1 und 0. Und im gleichen Schritt möchte ich auch noch hier eine 0 erzielen. Deshalb nehme ich nochmal die erste Zeile mal 2 und addiere sie mit der dritten. Dann habe ich hier 0, dann habe ich oben 4 minus 4 ist ebenfalls 0, minus 4 plus 4 ist ebenfalls 0. Und hier habe ich dann 2 plus 0 sind 2, 0 plus 0 sind 0 und 0 plus 1 ist 1. So, jetzt ist was Seltsames passiert. Und zwar, hier auf der linken Seite, statt dass hier noch ein Element ist, ist eine 0-Zeile entstanden. Und das ist für uns ein klarer Hinweis, dass es keine Inverse gibt. Also, diese Matrix ist nicht invertierbar. In unserem letzten Beispiel eine kleine besondere Aufgabe, nicht schwerer, aber besonders. Und zwar, wir sollen zeigen, dass eine Matrix die Inverse von der anderen ist. Da ist nicht die beste Taktik, jetzt anzufangen, die Inverse selbst zu berechnen, sondern, wir erinnern uns, das haben wir eigentlich schon geklärt, das war eine der Eigenschaften der Inverse. Die Inverse mal die Matrix selbst oder andersrum ergibt immer die Einheitsmatrix. Das bedeutet, in diesem Fall müssen wir einfach nur die zwei Matrizen miteinander multiplizieren, egal in welcher Einfolge. Und es muss die Einheitsmatrix rauskommen. Jetzt schauen wir, ob das gewährleistet ist. Also, das sind, wie bei der Multiplikation besprochen, beim Schema von Falk, die Hilfslinien. Dann nehme ich zuerst hier die Matrix B, spielt auch keine Rolle. Also, 0,5, 0 und 0, minus 2, 1 und 1 und minus 2, 0 und 1. Und hier oben die Matrix A, 2, 0, 0, 0, 0, 1, minus 1, 4, 0, 1. Und dann los geht's. Also, 0,5 mal 2 sind 1, plus 0 und plus 0 ist natürlich 1. 0,5 mal 0 sind 0, plus 0 und plus 0 ist wieder 0. Und wieder 0, 0 und 0. Die erste Zeile stimmt. Dann mit der zweiten Zeile von B. Wir haben dann hier, minus 4, 0 und 4 ergibt wieder 0. Dann 0, 1 und 0 ist natürlich 1. Und 0, minus 1 und 1 ergibt natürlich wieder 0. Und die letzte Zeile. Minus 4, 0 und 4 sind wieder 0. 0, 0 und 0 sind auch 0. 0 und am Ende noch 0, 0 und 1 ergibt 1. Also, was wir hier stehen haben, ist die sogenannte Einheitmatrix. Also stimmt, B ist die Inverse von A. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Hier habe ich euch nur einen einzigen Weg gezeigt zur Berechnung der Inverse. Es gibt natürlich noch viele alternative Lösungswege, die ich vielleicht in anderen Tutorials zusammenfassen werde. Dann, nicht jede Matrix war invertierbar. Das haben wir auch anhand eines Beispiels gesehen. Vielleicht eine direkte Entscheidungsregel. Wenn die Anzahl der Zeilen einer Matrix geringer ist als die Anzahl der Spalten, kann man das auch sofort sagen, dass die Matrix nicht invertierbar ist. Und noch ein kleiner Hinweis. In der gleichen Playlist findet ihr bezogen auf Matrizen noch weitere Tutorials. Unter anderem die Multiplikation von Matrizen mit dem Schema von Falk. Oder das Lösen von Matrizen-Gleichungen. Unter anderem die Teilmeisierung von Matrizen-Gleichungen. Unter anderem zu werden, weil dieねぇ milligrams gar nicht in przedeucht war.